In der Weite des Pazifischen Ozeans gibt es ein einmaliges Paradies, wo sich das Leben in Millionen von Jahren völlig abgeschnitten entwickelte. Daraus entstand eine ungewöhnliche Welt mit einer Fülle von beachtlichen Pflanzen, skurrilen Insekten und einzigartigen Tieren. All das ist jetzt auf der Riesenleinwand zu sehen. N-Wave Pictures Distribution präsentiert Galapagos – Wunderland der Natur. Begleiten Sie uns auf dieser ultimativen Entdeckungsreise. Aaaaaah! . . . . Mmh.